Die Vaudwar haben eine Kruiser-Pickett-Line in dieser Region gelegt. Welcher Alli wollen Sie, um zu überwachsen? Aus Kreuzern? Ist er die Kooperative oder die Kazon? Die Kooperative ist eine kooperative Wahl. Die technologische Kraft der Kooperative wird ihnen in dieser Situation gefordert werden. Ich bin froh, dass sie mit meiner Wahl der Kooperative zufrieden sind. Oh, was fehlen? Hm, da kommen mir ein paar große Kuben an. Okay. Schauen wir mal. Ja. Die Kooperative haben die optimalen Veränderung gekämpft. Oh, 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 oh. Die haben sie gleich alle gleichzeitig abgefeuert. Erst hat sie ihn. Das war nicht so clever. Das war nicht so clever. Gleich da rein zu preschen und alles anzugreifen, was ein vor die Flitte kommt. Okay, noch einer weniger und jetzt kommt er ja nah dran. Noch einer weniger. Jetzt kommt er ja nah dran. Komm, sieh nicht vorbei. Wow. Was sind hier denn jetzt? Die aufgeflogen. Was sind hier denn jetzt? Die aufgeflogen. Oh. Oh, 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 oh. Und ich bin wieder kaputt. aber komplett alleine da war jetzt auch wieder nicht so schön hier nicht ganz so clever hier glaube ich die kooperative reinzunehmen noch zwei schiffe und schon war das war es das lieben sicherheitssystem deaktivieren okay wir müssen das geliebnetzwerk deaktivieren das würden die antwort davon abhalten überwachungsdaten für einen gegenangriff zu verwenden jetzt müssen wir die sicherheitsmaßnahmen auf einem der satelliten umgehen dann können wir einen virus platzieren das gesamte netzwerk lahmlegen wird standen dann sind wir ja schon hier die brücke die russenden we have defeated the first wave of our defenders and we are entering position for our next defense resistance has been heavier than expected but our ships have so far ausgezeichnete arbeit kämpfen halten sie mich über ihren schatz auf den laufenden bestätigt dieses gebiet werden wir zum nächsten vorrücken charlie front we eu 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 eh vod war have constructed a defensive line of battleships supported by frikids which wing of allies would you like to help you i cannot see the strategy of sending in the case on against this enemy the case on are undisciplined and uncoordinated always seeking personal glory the organized approach of these battle groups may be impenetrable for them however i am sure you have a strategy in mind to deploy them effectively war vielleicht doch nicht so gut lisa flores was haben sie davon wenn so ein zeiger als die käser mit dem antworten position gehen das war nicht so ist zwar nicht so schön erscheint dass einige dieser schrift von den ministren sind das ist das ist das hätte es wissen müssen auf die bildschirm haben die wirklich ob das hier wahnsinn helfen würde ich werde den wei hat ihre mutter nicht selbst verschoben die kanäle sind gespätzer wenn er auf den schönen i was worried they might double process but i never thought they would be so blatant become to think of it they did say some pretty suspicions things during the briefing fortunately and to walk and i have a backup plan session has been encroaching on her origin territory for some time they'll join us in battle for a chance to collect his ship as a trophy ausgezeichnete arbeit das ist doch das gefällt mir machen wir ich war ein wort ich erfasse kriegsschiffe der kaisern die sich näher die rufen uns um ehrlich zu sein joker dann überrascht mich ihre nobelen worte ob ich denke ihnen danke ihnen für hilfe die kaisern ist drin jetzt auch nicht die kaisern auch gleich jetzt auch nicht ok 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 aware ok ok owaren w�m wwm 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 Fühn für fühn für fühn für fühn was kann man den Fühn Was kann man haben, was kann man Oh, ich kenne einen Schöpf-Hiniger. Untertitelung des ZDF, 2020 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 bisschen nervig aber sehr nervig hoffen batterie jetzt ist er noch aus der reichweite ok doch ein bisschen nervig muss ich sagen die soweit entfällend auseinander getrifftet sind hier wir müssen die orbital plattform hier sichern wir können es jedenfalls angegriffen zu werden dass damit hier und island um halt macht ihnen das nicht ich das machen werden gesichert die plattform gesichert bitte fahren sie mit den transport fort wenn sie hier bei den hirurgen und koordinieren sie die aufholer jetzt zur delta front ich hoffe das wird die letzte sein